hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von der hofnummermann auf der hofbergmann zusammen mit der astra dem michael und dem paul einen wunderschönen hallo servus 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 und noch mal servus so ich bin es 1 arbeitslos auf feld 19 steht neu als rum ja mit dem schlepper davor ja ok easy da sehe ich mich nicht mal arbeitslos das war aber perfekt nämlich ja perfekt abgestimmt mehr wenn wir schon vor das feld ausgemacht hätten können müsste ich wahrscheinlich nicht auffüllen fahren ja tut mir leid alles gut sollte jetzt kein 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 vorwurf sein sondern einfach nur eine feststellung habe ich jetzt auch nicht als als vorwurf verstanden aber bisher dann auch relativ weit gekommen würde ich sagen ja ich habe nicht mehr viele bahnungen 3 4 5 wie so ist es dann sehr schön ok cool bin ich fertig hier bekämpfen fertig bist du glaube ich sowieso so wie das gerade klang ja fertig auch heute war wieder ein bisschen musste heute mal arbeiten aber ist ja insport für bis bis zum urlaub bei dir in nur noch sechseinhalb tage und dann läuft sagste dann bin ich weg sechseinhalb tage heute ist man das sei dass wir auf allen unseren feldern sojabohnen angesäht haben gleich ja sechseinhalb tage ja ich glaube wir haben gleich überall sojabohnen angesehen weil sojabohnen den nächsten verkaufsslot quasi im kalender bieten ja alles gut dass das problem ist wir haben noch nicht die rotation mit erdfrüchten ich hatte da mal nachgeguckt gehabt aber ich habe keinen schönen ernter gefunden im mod hub wo ich sage da hätte ich bock drauf mit zu ernten wahrscheinlich läuft es wirklich auf so einen ropa oder wie panther oder sowas hinaus und die sind natürlich mal dezent ne ich glaube bis wir da sind können wir dann auch einfach karotten ansehen und mit einem vorlernter ernten genau da freue ich mich auch drauf ich auch ich auch ich auch als erstes freue ich mich drauf wenn wir mit demnächst andere sermaschinen und andere schriegel haben ja jetzt für die für die nächste aufnahme haben wir auf jeden fall das muss man mit mit drauf natürlich knapp holt ja ich muss bremsen opsala ich werde ich gebremsen die arbeitsbreite passt auf jeden fall nicht okay so okay michael wie lange brauchst du noch ungefähr zum zum ansehen ich bin jetzt ungefähr mit der helft das würde ich behaupten okay dann passt das so paul du musst mir jetzt noch erklären warum du nur noch sechseinhalb tage hast also woher kommt der halbe freitag habe ich einen halben tag urlaub das heißt du musst noch donnerstag hast einen halben tag urlaub am freitag und dann bis nächste woche donnerstag und dann hast du ab freitag urlaub da habe ich mich vertan ne du musst die komplette nächste woche noch genau nächste woche komplett ne und dann das heißt du gehst in urlaub wenn ich rausgehe wenn du saßt ja ich hab noch nächste woche frei ich muss noch zweieinhalb wochen dann jetzt ab in der schweiz dann habe ich auch Urlaub oh was machst du denn in der schweiz Urlaub Urlaub Irgendwas spezielles Urlaub Na nicht wirklich ne Schokoladenfabrik besuchen Käsemanufakturen besuchen und vielleicht irgendeine Manufaktur eben sein Gesicht auf den Käse drucken möchte Stimmt die hat dann sehr sehr wenig Selbstwertgefühl wir sind mit der Käse Paul das ist richtig aber aus meinem Butter Deals wurde leider auch nix also schwierig ne hast du denn schon gebucht oder hast du gesagt du willst einfach Richtung Schweiz ne gebucht habe ich schon ah ok keine Apartment Wohnung schön am See oh der feine Herr am See ja nicht ganz am See ein paar Meter Fußflicks sind dann noch meine ich wie es aussieht aus den Bildern aber ja ein paar Meter Fußflicks sind ja nicht schlimm nimmst du die Wanderschuhe mit dann kannst du abwechselnd am See chillen und wandern gehen das sollte ja in der Schweiz möglich sein habe ich gehört Stimmt Gibt ja so ein, zwei Berge da ich, ich, ich höre davon so kleinere Hügel sind das ne mh so 2, 300 Meter Dinger ja eigentlich braucht man da ja keine Wanderschuhe ein paar Schlappen passen auch aber Flipflops reichen naja mit Wanderschuhe sieht man immer professioneller aus ne wenn man, wenn man so ein Hügelchen hoch, hoch tiegert ne schön wie lange bleibste ne Woche von Montag bis Montag naja cool ich überleg grad wie weit ist denn das dann von, von dir bis in die Schweiz äh was hat Navi gesagt ich glaub, warte ich glaub mal kurz ich glaub mal ich glaub mal ich glaub mal ich meine das war irgendwie äh äh 7 100 Kilometer das geht ja noch irgendwas so 7,8 Stunden hätt ich jetzt dann gesagt ne ja 7 Stunden ungefähr schon ne, ne Strecke aber kann man auch noch fahren denk ich ja ist locker weg ja cool Micha hast du was geplant? du wirst wahrscheinlich umbauen ne? umzug umzug sogar ok konnten schon ins Haus? ne ja doch? ok ja cool war erstmal parallel also mit meiner Schiedmutter aber dann ja die Wohnung wo ich jetzt bin fertig ist zieht sie dann hier hin ja cool ich muss Baumkraut schon mal spritzen wann wann darf ich zur Einweihungsparty kommen? hmmm ich denke Ende Oktober Anfang November irgendwann dann bin ich allein im Haus ich bin ja auch ein leiser Gast ne aber dann hab ich schon wieder Platz im Haus ja dann ist halt alles frei soweit alles wird gut nicht ja ich bin ja im November schon woanders deswegen ja I know, I know, I know, I know freu ich mich tatsächlich auch schon da müssen wir die Tage mal gucken mal irgendwie schon mal Tickets bestellen oder sowas das können wir gerne schon mal besprechen daran sollts nicht scheitern Uwe? ja ja welchen Status ist die 25? ähm Unkraut und äh der Wachstumsstatus warum? erntereif aber wir waren uns letztes Mal in der Aufnahme nicht sicher ob das der Erntereif-Status ist oder deswegen wollten wir bis morgen warten ah ok also ich kanns dir immer noch nicht sagen wenn du es weißt fühl dich frei nochmal hinzugehen aber ähm also ich würd behaupten es ist erntereif also es ist die letzte Stufe aber wir warten einfach bis morgen ein bisschen was auf jeden Fall ne äh tendenziell können wir es auch einfach runterholen Jungs ne wir warten einfach bis morgen ja warten bis morgen ist endlich mehr lange wir räucheln dann äh weil theoretisch könnte Paul noch da ein anderes Feld wo du jetzt gerade am Walze bist noch kalken ja dass es auch wieder perfekt ist oder muss ich noch weiter walzen sagste ne du bist dann immer am Walzen ne ich bin noch am Walzen ich meine äh ich sagte da muss ich ja gleich noch weiter walzen das Feld gut ne ich kann auch gleich Walze übernehmen weil da bin ich ja gleich fertig mit sehen ach alles alles wird gut ich hab nicht mehr so viel zu sehen dann gehen auf die neunsten eben Kai ist alles fein ich hatte gesehen es gibt jetzt zwei Flugmissionen also wir können jetzt äh knapp 16.000 Euro naja 15.500 Euro können wir mit zwei zwei Flugmissionen einnehmen damit wäre der Flug fast refinanziert aber die können wir zur Not auch schon mal annehmen für morgen ja das sollte ja auch noch gehen so zumindest würde ich das behaupten so dann auf zum Walzen auf zum Atmen auf zum Atmen ja wenn zwar Kontext nicht haben aber ja kennst du nicht? ne aus den Simpsons eigentlich sollte es heißen auf zum Atom ja dass es von den Simpsons kommt das weiß ich aber halt so wir haben da irgendwie so ein Film im ich glaube im Atomkraftwerk gedreht ja und äh der Schauspieler konnte halt einfach nicht sagen auf zum Atom sondern hat immer gesagt auf zum Atmen zum Atmen auf zum Atmen zum Atmen zum Atmen auf zum Atmen ja ja ok also kleiner Paul Ahno Unetwa wow wie lange hast du denn denn Urlaub? hast du nur eine Woche die du denn? ne geht ja nicht ne musst du ja auch zwei Wochen haben wenn du von uns auf das Grund auch fährst ja zwei Wochen ja macht Sinn Entschuldigung ich hab gerade ja aber Paul soll das bei der Aufnahme sein gell? ja kein Problem ich nehme meine Rechner mit keinem Ding passt klar ohne Internetverbindung mitnehmen ja wir haben hab ich da ok ok das passt ja dann ist das ok dann bin ich gespannt was du sagst wie es dir gefallen hat in der Schweiz war ich oder war ich noch nicht zum Urlaub machen ja ich war da mal vor 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 ich kann auch mal war das 2012 oder so war ich da schon mal ja hat dir gut gefallen? ja ok ok wir werden mal gucken machst du ein paar Instastories und Bilder und überhaupt oder? wenn ich es nicht vergesse kann ich es bestimmt machen ja wenn ich es nicht vergesse du viel beschäftigt da man ey weißt du wenn ich schon Bilder von den wunderschönen Bildern die ich hier stiftpuste mache dann wirst du ja wohl von so einem Hügelchen auf den du rauf geklettert bist einfach mal ein Bild machen können bestimmt bestimmt ja ich bin mir da ziemlich sicher erfolztes vertrauen in dich ich freue mich nicht aber stets bemüht ja ja ich weiß ich kenne den Spruch miche ich bin hier ziemlich am Ende muss noch ein paar mal drehen dann komme ich zu dir runter und sie schon austoben zu Großteil und sie schon austoben zu Großteil auf jeden Fall hin und noch ne Runde wer hat nochmal wer will noch nicht ich will nicht ich auch nicht also noch nicht ich werde gleich gerne mit Jeb Hatchman sein ne 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 alles fein aber Obel kriege ich dann abends von dir dann, äh, 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 ne, 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 ne noe Unterhaltung? Klares, Klares vielleicht. Das kommt ganz darauf an, wie der Nachwuchs dann schläft oder auch nicht. Okay. Aber mit Sicherheit nicht jeden Abend. Nein, das... Ich wollte das noch ganz kurz relativieren. Nicht, dass du mir das vorwirfst. Ich habe auf Video, du hast gesagt, ich kriege Unterhaltung. Ja. Jeden Abend, das könnte sich auch keiner antun, das ist ja zuviel. Nee, das ist richtig, das ist richtig. Du meinst, die Abende, wo Aufnahme ist, könnte ich auch aufsetzen, ne? Jedes, also wie gesagt, klar. Du willst übernächste Mal jeden Abend strüben? Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Okay, sag mal 5 von 7. Nee, auch das nicht, Micha. Auch das nicht. Gerade. Ich glaube, das kriege ich nicht hin, aber wir können gerne nochmal... Ich wollte was mit dir suchten übernächste Woche. Ja, wir... Übernächste Woche. Warte, du wurdest SnowRunner suchten? Ja. Ja, ich habe den einen Tag... Uuuh, Schild. Den einen Tag gesehen, dass du SnowRunner gespielt hast. Ist cool, die neue Season? Feuerwehrauto fahren. Okay. Ich habe ein vollgelegendes Feuerwehrauto jetzt. Okay, folgender Vorschlag, Micha, wir sprechen über Season 10 in der nächsten Folge, weil dann können wir uns ausreichend Zeit nehmen. Ja, ja, ja. Perfekt, liebe Leute. Ähm, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei sein, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne einen Daubchen nach oben da. Wenn ihr wissen wollt, wie SnowRunner Season 10 ist, was Micha so zu erzählen hat, schaltet gerne morgen wieder ein. Macht's gut in diesem Sinne, Cha-Cha. Tschüss, tschüss, tschüss.